Der anderen eine Kugel kriegt. Hä? Ich hab... Ich hab... Hä? Scheiße, der hat den Jäger genommen, den ich gerade ausstatten wollte. Hab ich dich abgestochen? Oh, da läuft einer rum, oder? Doch, da läuft einer. Was denn nun? Ist das jetzt? Ne, einer. Oh, Mann, ich kann mich nicht heilen, solange ich vergiftet bin. Hat nen Hit? Ja, ich kann nicht heilen. Hat nen Hit? Ja, 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 der aimt, der aimt. Warte, jetzt. Ich hab dann nicht mehr durchgeblickt, Alter. Das war mir jetzt zu viel. Micha, bist du da? Brücher ist abgab. Ach so. Ne, ich bin wieder da. Ah. Nicht, dass es dir so geht wie dem Typen vorhin, den ihr erschossen habt und plündert... Erschossen habt und plündern wolltet. Ja. Einmal Raben vorher. Und Wutte. Ja. Ach egal, ich schieß jetzt nicht drauf. Oh. Wir müssen auch Raben. Na, hier kann man rein. Okay. Was? Ich hab zugemacht. Wollt eigentlich hinter mir zu machen. Und hab aber vor mir zugemacht. Der andere eine Kube kriegt. Hä? Wo soll ich? Braucht ein gruben Grabgerät. Ne, ist eigentlich nur. Sorry, ich wollte nur mal gezahlt wollen. Was ist das für ne Knarre, Alter? Welche? Die ich ja hab. Das ist ne Schall gedämpft. Aber stand da nicht Winfield? Ja, Winfield schallgedämpft. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Ne, du hast Sparks schallgedämpft. Das wusste ich gar nicht, dass es es gibt. Ach so. Ich guck dir den falschen Dude an. Und guck dabei Micha an, wie er mit einer Schall gedämpft wird. Und wenn ich den Gegenteil hat. Ich wollte schießen und schießen und es ging nicht mehr. Hier schießt man dieses Fass an? Ne. Nicht? Nicht du Micha. Er. Er soll das mal machen. Warte, ich geb dir vorher das. Ja. Ja, ganz, ganz clever. Wieso? Du hast gesagt, Schieß es an. Ich hab's an. Ja, natürlich nicht. Alter, ich hab einen Engelöse. Ne. Gib mal die Spritze rein. Lass mal stehen, bitte. Die sind schon gar nicht mehr hinter dir. Die zwei Idioten bauen Scheiße und Micha muss es ausbaden. Deswegen hab ich von vorne an gesagt, nein. Es ist aber immer so. Ich bin derjenige, der ein bisschen Mist baut. Und er ist derjenige, der es immer ausbaden muss. Ja. Ja, das ist ein Wort. Da ja auch. Da drin. Ich laufe erst mal durch die Gegend wie so ein verwirrtes etwas. Oh, Hunde. Fuck. Gab's ja Munizierung. Du machst das schon. Hab ich. Wunderbar. Bis gut. Wunderbar. Bis gut. Ich hab doch eine läufige Schrotfläche. Ach, ich hab doch mein Säbe. Hat von euch grad einer in der Laterne geworfen. Ja klar. Ich nicht. Ich hab hier ein Immor. Hier so. Aber der rennt irgendwie weg von mir. Was ist denn los? Ah, jetzt. Oh. Hä? Ich hab. Ich hab. Hä? Scheiße. Der hat den Jäger genommen, den ich gerade ausstatten wollte. Der hat gar nichts dabei. Außer seine Waffen. Kein Schlagring. Kein Medipack. Keine Spritze. Kein Vitamin. Nichts. Kein Problem. Oh, Mann. Du kannst dich einfach nur als menschlicher Schutzschild sein. Ja, sehr gut. Oh, du hast ein Säbel bei. Mhm. Ja, naja. Dann musst du jetzt in den Nahkampf gehen, ne? Ja, ja. Ja. Jetzt. Jetzt. Sofort. Ja, wo geht's denn jetzt lang? Ja, die Richtung. Wir sind... Irgendwie unkonzentriert kann das sein. Nein. Leicht. Das würde ich jetzt so nicht sagen. Das Ding jetzt manchmal sehe ich den Wald vor lauter Bäumen. nicht. Mhm. Die Water Devils, die machen nix. Auf dieser Distanz. Thema Grube und so, ne? Ach so. Ah. Oh, da wird geschossen. Du wirst geballert. Ja. Da müssen wir auch hin. Fliechst du gut? Ich frage mich, warum ich mit einer Windfield durch die Gegend renne. Windfield? Ist so nicht schlecht, finde ich. Ich frage mich. Das war's auch nicht. Habe ich dich ab... abgestochen. Nein. das ist ein bisschen da hat der brust ist ein paar zwei ausgehen obwohl geballert wird ja dann auf auf gleich können wir an jeder kriegt eine kugel im kopf man kennt es ja Was? Seit wann braucht der vier Schläge mit dem Säbel? Der gepanzerte. Hast du leichter Angriff gemacht? Ja, ich habe zwei schwere Angriffe, also drei schwere Angriffe. Da war er immer noch stabil. Und der letzte, da fehlte mir schon die Ausdauer. Da hat er noch so einen Schwenker gekriegt. Der war gedopt. Hm, glaube ich auch. Das war Arnold. Ein bisschen viel Traumzucker zu suchen. Ja, hier wird rumgeballert. Oh, und ihr? Ich bin nicht, wo ihr seid. Ich bin schon da und ihr noch nicht. Ich bin gleich da. Achso, brauchst du Hilfe? Nee, kein bisschen. Ich meinte ja auch ein Micha. Oh, 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 das hört sich nach einer Schrotflinte an. Da möchte ich jetzt aber keine Kugel futtern. Ich würde es gerne mit meiner Schrotflinte eine Kugel füllen. Nee, ich möchte nicht mit deiner Schrotflinte eine Kugel füllen. Danke, lass mal. Nee, ich habe gemeint, ich möchte gerne mit meiner Schrotflinte jemanden killen. Oh, da läuft einer rum. Oder? Nee, das war ein Krant. Doch, da läuft einer. Warte, zwei sind da. Nee, einer. Der hat rausgegangen. Was ist denn jetzt los, Micha? Was ist jetzt los? Da ist einer, der ist rausgegangen. Was ist denn nun? Einer, zwei, du verwurstst uns. Einer. Das waren aber zwei Kugelstunden für die Nerven. EIN, ZWEI. Gerne. Und? Einer ist da gerade reingerannt. Scheiße, der funktioniert, der kann schon mal. Hatten Hit. Oh, der hat einen Punkt von meiner Heifung. Hatten Hit. Schade. Nahkampfangriffe, Nahkampfangriffe. Ich glaube mal, die heißt da oben. Ja, nett, danke. Ich gehe mich mal verarzten. Oh, einer kommt von hinten. Oh. Oh, Mann. Ich kann mich nicht heilen, solange ich vergiftet bin. Hatten Hit. Ja. Ich kann nicht heilen. Nein. Oh, Mann. Ich habe einen. Ich habe einen. Ich habe einen. Durch die Wand. Ich glaube, ich brenne gleich. Hey, Max, komm mal her. Hier kommen zwei. Klar, ich komme her. Einen habe ich geguckt. Ich kann mich nicht mehr heilen. Digi, ich bin gerade umgekippt und du sagst zu mir, yo, ich bin wieder umgekippt. Wollen bleiben zu heilen. Ey, hier draußen und bei mir ist es einer. Ja. Hatten Hit. Ich habe einen. Oh, fuck, Mann. Ich habe voll daneben geschossen. Heil dich, heil dich. Batze, heil dich. Ich bin tot, ja. Michael, ich bin tot. Batze, heilen. Ich bin doch schon dabei. Batze, hilf mir, mein Wille. Oh, ich muss... Ich habe keine Munition. Wieso hat er keine Munition? Wer ist... Wo ist der überhaupt? Hinter dir. Okay. Ich dachte, das war noch ein anderer. Nein, da kam gerade eine... Der ist hier vorne beim Tor. Hier kam Dynamit hinter mir hergeflogen oder irgendwas. So, hebt mich auf, bitte. Wie denn das? Der ist da gerade reingefallen. Der hat eine Schrotflinte, oder? Nee, Sparks. Er ist außerhalb jetzt. Nicht rausgehen, nicht rausgehen, nicht rausgehen. Ja, 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 der aimt, der aimt, der aimt. Warte, jetzt... Nein, lauf! Oh, er hat mir eine verbraten. Ja, oh, geil. Der andere ist hinter uns. Der ist da vorne. Och, Mann. Ich wollte ihn nur markieren und bin wieder umgekippt. Ich verstehe das nicht. Ich habe den mit der Romeo zweimal gehittet aus Nixern Nähe und der steht immer noch. Der Wallbank-Dies. Ach, shit. Gut, das war ein Fall für Mr. X. Ich habe da nicht mehr durchgeblickt, aber das war mir jetzt zu viel. Überall fliegen, fielen so um wieder fliegen. Oh, Alter. Ja, das ist das Blöde. Du hattest ein Sable-Buy gehabt, ne? Und eine Waffe, die relativ wenig Schuss hat. Ja, so kann man es auch sagen. Ja, da musst du schon zur Harmonie kommen. Scheiße. Auch vor allem draußen mit dem einen, mit dem ich mich gefaltet habe und auf dich gewallbanked. Das war so lustig, als so in der Nähe gelaufen. Aber ich habe den zweimal mit der Romeo getroffen, dass der da nicht umgekippt ist. Ja, der hat mich laufend gewallbanked. Sobald ich aufgestanden bin, hat er mich gewallbanked, dieser Dude. Das fand ich nicht so geil. Deswegen habe ich gesagt, jetzt sind die Beine in der Hand. Schnell weg hier. Aber der Sable hat sich echt bezahlt gemacht. Ja, ein Kill halt, ne? Zwei. Besser wäre es, wenn du beiden mitgenommen hast. Da war zwei. Zwei. Zwei, zwei, zwei. Hättest du ruhig alle mitnehmen können. Ja, das war zu viel verlangt. Hm. Hättest du ruhig alle mitnehmen können. Ja, es sieht die neuen 잡ang mitnehmen. Ja, das war kein 이번 Tre kidding. Io aber das док, ich würde, weil ich mich gerne가.